Platz da für tollen Urlaub. Mein Lokal, Dein Lokal besucht diese Woche die Campingplatzbetreiber in NRW. Und wie macht man Ferien im Westen? Der Boden könnte auch was sauberer sein. Also es ist wichtig, dass der Niklas jetzt richtig gut kocht. Camping trifft auf Kulinarik. Das Ergebnis? Das war zu trocken. Ich fand sie wirklich schlecht. Das ist so irgendwie Möhrenmatsche. Aus lauter Enttäuschung würde ich das zurückgehen lassen. Was soll das? Was ist das? Ja, was ist das mit dem Campingurlaub mitten in Nordrhein-Westfalen? Ich freu mich drauf. Nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Kommt mal her. Dann toi 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 für den Toilettencheck. Wie ist die Hygiene hier? Möchte ich nicht duschen gehen? Ja, hör auf. Könnte man schon mal drüber gehen, ne? Saubere Leistung ist beim Camping gefragt, auch in der Gastronomie. Perfekt ist sie nicht. Sieht man leider hier ein bisschen durchgeweist. Bei dem Steak bin ich ein bisschen unzufrieden. Um Gottes Willen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.